Ach du Scheiße, wir beschäftigen uns heute mit Ober-Dakai und keine Sorge, ich werde dir keine Enten verkaufen, sondern das ist ein Voice-Generator, womit man Text in Sprache umwandeln kann und die Stimme ganz einfach und leicht verzehren kann. Ist das nicht krass? Ui, das Video fing da schon an. Gut, dass du da bist, sonst wäre hier einfach eine leere Wand und du würdest eine leere Wand anstarren. Diese Ente brauchen wir nicht mehr, wir beschäftigen uns jetzt mit der richtigen Ente. Über-Dakai, was ist das eigentlich? Was kann man damit machen? Wie eben erwähnt, ist es ein Stimmverzerrer in Text in Stimme verwandeln kann. Das ist nicht alles, man kann ihn auch als Web-Generator, also als Web-AI bezeichnen, weil du kannst damit, wie Eminem halt klingt, kannst du damit ganz einfach die Web-Texte machen. Ist das nicht krass? Und die Qualität, die man da runterladen kann, ist einfach beeindruckend. Dann melden wir uns direkt mal auf der Seite an. Hierfür gehen wir in unsere Lieblings-Google-Maschine, in unsere Lieblings-Google-Suchmaschine und geben hier Ober-Dakai ein und gehen auf Google-Suche. Dann wird sich da jetzt noch eine neue Seite öffnen und hier muss er einmal diese Seite öffnen. Und tada, schon sind wir auf der Über-Dakai-Seite und das ist der Voice of the Dak. Na, hast du wenigstens ein bisschen geschmunzelt? Spaß beiseite, wir gucken uns einmal die Seite an. Du siehst ja schon, du kannst hier einige Sachen generieren, aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen jetzt um einmal auf Pricing. Wir beschäftigen uns einmal mit der Preisgestaltung. Und ja, wenn du dir die Frage jetzt gestellt hast, kann man es kostenlos verwenden? Ja, kann man es. Wie du auch sehen kannst, kann man hier 4000 verschiedene Voice verwenden. Dazu zählen Mickey Mouse und noch andere Sachen. Eminem, bekannte, berühmte Stars und so weiter und so fort. Hier kannst du, hast du auch 5 Save-It-Clips, was genau die Leute meinen, meinen die das runterladen oder das in Favoriten hinzufügen? Man weiß es nicht. Dann beschäftigen wir uns mal mit dem Preismodell Greater. Wie du sehen kannst, kostet das 96 Euro im Jahr und 8 Euro im Monat. Das ist nicht viel im Vergleich zu anderen, da zahlst du fast 80 Euro im Monat, dann ist das schon ziemlich billig, muss ich sagen. Und wie du sehen kannst, wenn du jetzt ein bisschen runterguckst, dann siehst du Commercial Use. Das heißt, du hast auch die Copyright und die Lizenzrechte daran an den Stimmen. Und es hat noch weitere Möglichkeiten. Das wäre einmal API-Möglichkeiten. Das heißt, du könntest es in einer anderen Software verwenden, wenn du jetzt Programmierer wärst. Oder du kannst Web-Watches generieren, was auch im Free-Modell nicht enthalten ist. Und du hast unendlich Save-It-Clips. Und die anderen Modelle, die jetzt hier angeboten werden, die sind eher für Firmen gedacht, weil wer will schon 300 Euro monatlich zahlen, ne? Das ist auf jeden Fall schon eine dicke, fette Backe. Aber du kannst damit deine eigene Stimme trainieren und die dann selber da generieren lassen. Krass, oder? Aber genug von dieser Preisgestaltung. Wir wollen uns mal was anderes beschäftigen, nämlich mit der Anmeldung. Wir haben jetzt die Grundvoraussetzung. Wir wissen, es kostet nichts, also können wir uns auch direkt mal anmelden. Wir gehen jetzt einmal auf der letzten Seite wieder zurück, auf die Startseite einmal zurückgehen. Und gehen dann oben rechts auf Login. Dann kannst du dich hier über dein Google-Konto anmelden. Hier musst du deinen Account auswählen. Also wenn das getan ist, dann ist es getan, dann musst du nur noch deinen Account-Name hier auswählen. Ich habe jetzt einmal meine Anti-Wissen-Account da ausgewählt. Und dann kannst du hier, siehst du schon, wie auf der Startseite, hast du da die Oberflächen-Buttons, die du hier auswählen kannst. All-Generated-Webs ist gesperrt, genauso wie Custom-Voids. Da muss man halt die extra Modelle noch dazu kaufen. Aber du hast hier genug andere Stimmen, die du verwenden könntest. Was ist das denn? Kaffeeme? Was ist da was zu essen? Ist das eine Currywurst oder wie? Ich habe es einfach mal Chat-GPT weitergeben und er hat folgendes rausgeschmissen. Kaffeeme sind Wörter, dessen die dazugehörigen Phoneme, also Lautschrift, umwandelt und dann die Aussprache analysiert. Dies kann dazu verwendet werden, die Aussprache von Wörtern zu generieren und zu überprüfen. Aber wir gehen jetzt einmal zurück und gehen einfach zu Referenz-Audio. Hier kannst du deine Void zu Void generieren. Das heißt Stimme zu Stimme. Du gibst da deine Stimme als Vorlage ein und die wird dann umgewandert in Mickey Mouse oder in Star Wars. Oben kannst du dein Audio auswählen. Rechts hast du einmal die Stimmen selber und links die Kategorien, die man da auswählen kann. Zum Beispiel Anime oder ich will jetzt einfach mal Tomb Raider aus. Dann brauchst du natürlich noch ein Referenz-Audio und das kannst du da drunter ist You Own. Dann kannst du dein eigenes Audio da aufnehmen und dann wird das direkt konvertiert. Dafür musst du natürlich unten auf Synthese klicken. Dann links daneben ist noch eine Pitch-Korrektur, die ist dafür da, um die Tiefen und Höhen der Stimme anzupassen, falls da irgendwelche Fehler passieren. So, jetzt weißt du, wie du dein Void in Void umwandeln kannst. Aber wir wollen natürlich den Text auch in ein Void umwandeln. Das geht hier auch ganz einfach. Du gehst einfach auf, du einfach gehst oben auf Natural sprechen. Du verstehst sie. So, und dann siehst du schon, es ist wie vorher auch. Hier kannst du die Stimmen auswählen. Darunter hast du aber jetzt ein Textfenster, wo du deinen Text eingeben kannst. Ich gebe es hier einfach mal Hallo, ich bin der Tobias ein und mache hier einfach mal einen auf Mario. Geh dann unten auf Synthese. So, dann hören wir doch mal rein in Tomb Raider und Mario. Hallo, ich bin der Tobis. Hm, ja, klingt ja schon mal krass. Tobias. So, dann kann man auf jeden Fall einiges machen. Aber man hört es wahrscheinlich schon raus. Es ist mehr im englischen Bereich vertreten. Ich weiß nicht, ob es da auch deutsche Stimmen gibt, die mehr auf Deutsch optimiert sind. Da muss man halt nachgucken. Ja, und wie sieht es mit den Rechten aus von ÜberDark AI? Darf man diese Sounds verwenden? Darf ich die verwenden für meine Videos und Co. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, im Friedenmodell ist das kommerzielle Use auf jeden Fall nicht vertreten. Das heißt, wenn du mit dem Video Geld verdienst oder mit dem Audio Geld verdienst, dann darfst du das schon mal nicht verwenden. Aber es ist gar nicht so einstimmig, ob man wirklich diese Stimmen verwenden darf. Da findet man nichts Genaues drüber. Und in den AGB steht es auch nur sehr schwammig formuliert. Man soll keine Rechten von irgendwelchen Leuten verletzen. Und richtig genau steht das da nicht, ob man es verwenden darf oder nicht. Kannst du hier gerne mal durchlesen. Ich bende das hier einfach mal ein. Dann kannst du es durchlesen, um dir deine eigene Meinung zu bilden. Ja, gibt es ÜberDark Alternativen? Also Enden-Alternativen? Ja, natürlich gibt es da welche. Und die werden hier auf dem Kanal noch kommen. Also vergiss nicht zu folgen. Und wenn du noch eine gute Alternative kennst, schreib das mal gerne in die Kommentare. Alternativen hin oder her.